Heute habe ich einen sehr alten Fall für euch, und zwar einen Fall, der im Jahr 1895 ganz London schockiert hat. Bettel, lasst ein Like da und denkt daran, den Kanal zu abonnieren, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Robert Coombs wird im Jahr 1882 in London geboren. Sein Vater arbeitet auf einem Dampfschiff und ist oft wochenlang unterwegs. Robert, der sichtbare Markierungen durch seine Geburt mithilfe einer Geburtszange an den Schläfen hat, hat bereits als Kleinkind extreme Kopfschmerzen, für die keine Ursache gefunden werden. Der Arzt verschreibt ihm schwere Medikamente und rät seinen Eltern, ihn nicht mit Schlägen ins Gesicht zu bestrafen. Roberts einziger Bruder Nathaniel ist ein Jahr jünger als er. Die Familie zieht durch den Beruf des Vaters für einige Zeit nach Liverpool, doch Roberts Mutter Emily kehrt mit ihren beiden Söhnen bereits 1887 nach London zurück. Obwohl Robert im Jahr 1888 erst sechs Jahre alt ist, verfolgt er das Geschehen um Jack the Whipper, der ganz in seiner Nähe wütet, genau und kauft sich bereits Sensationszeitungen, in denen er die Geschichte über die Morde nachliest. In der Schule ist Robert gut. Sein Lehrer beschreibt ihn als sehr schlau. Erst im Jahr 1892 kehrt auch Roberts Vater aus Liverpool nach London zurück. Bereits kurz darauf, im Alter von elf Jahren, beendet Robert die Schule und beginnt im Hafen zu arbeiten. Im Jahr 1894, Robert ist zwölf, liest er in der Zeitung von der Tat des Mörders James Canham Reed, der gerade von der Polizei gefasst werden konnte. Robert reist ganz alleine nach Chelmsford, um sich den Gerichtsprozess des Mörders anzusehen. Er und auch sein Bruder Nathaniel sind in ihrem Umfeld bereits aufgefallen. Beide von ihnen werden als unehrlich und mürrisch beschrieben. Die Brüder wirken ganz anders als ihre Eltern. Während ihr Vater ja viel arbeiten muss, ist ihre Mutter Emily als fleißig und als sehr pflichtbewusste Mutter bekannt. Anfang Juli 1895 kauft sich der inzwischen 13-jährige Robert ein Messer für fünf Pens. Am 6. Juli 1895 macht sein Vater sich mal wieder auf den Weg. Er wird für mehrere Wochen auf einem Schiff nach New York arbeiten. Am 7. Juli wird Roberts Bruder Nathaniel von ihrer Mutter wegen einer Ungezogenheit mit Schlägen bestraft. Anschließend sagt er zu Robert, dass er ihre Mutter am liebsten umbringen würde, doch dass er es nicht tun könne. Er fragt seinen Bruder Robert, ob er dies nicht für ihn tun könne. Robert, der im Schlafzimmer seiner Mutter schläft, steht in der folgenden Nacht um viertel vor vier auf. Seine Mutter schläft tief und fest. Robert schlägt ihr zunächst einen Knüppel über den Kopf und sticht ihr dann zweimal sein Messer in die Brust. Anschließend legt er sich wieder neben ihr schlafen. Am nächsten Morgen gegen neun geht er ins Nebenzimmer und erzählt Nathaniel, dass er ihre Mutter umgebracht hat. Sein Bruder ist ungläubig, doch Robert sagt zu ihm, dass er mitkommen soll. Nathaniel sieht, dass seine Mutter in einer Blutlache im Bett liegt, doch zu diesem Zeitpunkt, fünf Stunden nach der Tat, lebt sie noch. Sie stöhnt vor Schmerzen. Die beiden Jungen decken ihr Gesicht ab und verlassen das Haus. Robert hat einige Goldmünzen genommen, die sein Vater für seine Familie für die Zeit seiner Abwesenheit im Haus gelassen hat. Diese tauscht er bei seinem Nachbarn in normale Münzen ein und fragt ihn, ob er von einem Teil des Geldes ihre Miete bezahlen könne, da beide ihre Eltern länger außer Haus seien. Er behauptet, während sein Vater wieder auf dem Schiff arbeiten würde, wäre seine Mutter nach Liverpool gereist. Der Nachbar willigt ein. Nathaniel besucht an dem Tag ganz normal die Schule. Anschließend gehen die Brüder zu einem Cricket-Spiel. Als sie nach Hause kommen, ist ihre Mutter tatsächlich tot. Am folgenden Abend trägt Robert Calciumoxid auf ihre Leiche auf, um den Verwesungsprozess zu verlangsamen. Am Mittwoch, drei Tage nach dem Tod der Mutter, geht Robert zum Hafen. Er kennt einen jungen Mann namens Fox, der dort arbeitet und der auch mit seinem Vater bekannt ist. Er bittet ihn darum, mehrere Dinge seines Vaters, darunter zwei Uhren und eine Mandoline, in Pfandleihäuser zu bringen und ihm das Geld dafür zu geben. Auch dieser Plan funktioniert. Als Fox, der junge Mann, der als leicht intellektuell eingeschränkt beschrieben wird, ihnen das Geld zu Hause vorbeibringt, laden sie ihn ein, bei ihnen zu bleiben. Sie halten sich nur im unteren Stockwerk ihres Hauses auf. Die Leiche ihrer Mutter Emily befindet sich im Schlafzimmer im ersten Stock. Nathaniel besucht weiter jeden Tag die Schule. Fox ist alleine im Haus, als die Jungen am nächsten Tag ins Theater gehen. Am Samstag, bereits sechs Tage nach Roberts Tat, bitten sie Fox, einen Brief für sie an den Arbeitgeber ihres Vaters zu überbringen. Darin erklärt Robert, dass seine Mutter schwer erkrankt ist. Aus diesem Grund bittet er um einen Gehaltsvorschuss seines Vaters, doch der Arbeitgeber bittet um ein ärztliches Attest. Robert fälscht dieses Attest übers Wochenende. Es sieht perfekt und echt aus. Am Montag, acht Tage nach der Tat, bringt er es selbst zum Arbeitgeber seines Vaters und er verspricht, dass er das Geld später bei ihnen vorbeibringen wird. Allerdings sind mehrere der Nachbarn bereits misstrauisch wegen Emilies Abwesenheit. Die Familie lebt ja bereits seit Jahren nicht mehr in Liverpool und hat keinerlei Verbindungen mehr dorthin. Aus diesem Grund wundern die Nachbarn sich, warum Emily dorthin gereist sein sollte. Eine Nachbarin erkundigt sich bereits am 8. Juli, also direkt am Tag nach dem Mord, nachdem der Nachbar ihr erzählt hatte, dass er die Miete für die Kongs bezahlen soll, bei Emilies Schwägerin, also der Frau des Bruders von Roberts Vater. Sie weiß nichts davon, dass Emily verreisen wollte und als sie an ihrem Haus in der Cave Road 35 vorbei geht, öffnet ihnen niemand. Erst eine Woche später geht sie erneut zu ihrem Haus. Robert und Nathaniel sind dort und erzählen ihr nun, dass ihre Mutter spontan nach Liverpool reisen musste, da dort eine Tante von ihr gestorben sei. Die Schwägerin hat noch nie davon gehört, dass Emily eine Tante in Liverpool hat. Sie findet dies alles merkwürdig und als sie zwei Tage später, am 17. erneut zu den Kums geht, ist wieder niemand da. Sie versucht es direkt am gleichen Nachmittag nochmal, bei diesem Besuch öffnet Fox ihr die Tür. Sie kennt ihn nicht und wundert sich, was dies alles soll. Die Schwägerin drängt sich an Fox vorbei ins Haus hinein und sieht sich um. Dabei findet sie die Schlafzimmertür verschlossen vor. Ihr fällt ein unangenehmer Geruch auf. Doch in diesem Moment kommen Robert und Nathaniel nach Hause, die gerade gemeinsam unterwegs waren. Die Schwägerin beginnt, Robert zu befragen, wo ihre Mutter ist. Nathaniel nutzt die Möglichkeit, um aus dem Fenster zu steigen und wegzulaufen. Die Schwägerin weiß, dass etwas nicht stimmt, doch Robert behauptet nun, dass seine Mutter aus Liverpool zurück sei und gerade eine Nachbarin besuchen würde. Er fragt die Schwägerin, ob sie dort mit ihm gemeinsam vorbeigehen möchte. Sie lässt sich aber nicht weiter beirren. Da die ganze Situation so merkwürdig ist, geht sie zur Vermieterin der Kums und erklärt ihr die Situation. Daraufhin erhält sie von ihr alle Zweitschlüssel des Hauses. Als sie zurückkehrt, geht sie gemeinsam mit einer Nachbarin hinein und öffnet mit dem Zweitschlüssel die Schlafzimmertür. Dort findet sie zu ihrem Entsetzen die völlig von Maden übersäte Leiche von Emily vor, die nun bereits seit zehn Tagen tot in ihrem Bett liegt. Der ganze Raum ist voller Fliegen. Emily ist nur mit Unterwäsche bekleidet und der Verwesungsprozess ist bereits weit fortgeschritten. Die Nachbarn melden sich sofort bei der Polizei. Am Tatort wird ein blutiges T-Shirt von Robert gefunden, das er bei der Tat getragen hatte. Darüber hinaus findet die Polizei das ganze Geld, das Robert und sein Bruder durch den Verkauf der Wertgegenstände und dem Betrug des Arbeitgebers angehäuft hatten. Robert hat das gesamte Haus durchmühlt, mutmaßlich auf der Suche nach weiteren Wertgegenständen zum Verkaufen. Darüber hinaus findet die Polizei einen Brief, den Robert offenbar an seinen Vater schicken wollte. Darin beschreibt er, dass ihre Mutter sich an der Hand verletzt hätte und ihm deswegen dieses Mal keine Briefe schicken könne. Robert wird festgenommen. Die Nachbarn sind schockiert über die Vorgänge und dass die beiden Brüder nach der Tat ganz normal ihrem Alltag weiter nachgegangen sind und versucht haben, alle hereinzulegen. Roberts Tat wird nun auch in den Sensationszeitungen dargestellt, die er sich immer gekauft hatte. Im Gefängnis wird er von mehreren Ärzten begutachtet. Offenbar hat er eine neurologische Störung, die auch seine Kopfschmerzen verursacht, doch genaueres kann nicht festgestellt werden. Robert sagt aus, dass er die Tat an seiner Mutter geplant hat und dass er das Messer bereits in Vorbereitung auf die Tat gekauft hat, also schon Tage, bevor Nathaniel ihn nach seiner Strafe gebeten hatte, ihre Mutter umzubringen. Er beschreibt, Stimmen gehört zu haben, die ihm die Tat befohlen hätten und er sagt, dass ihre Mutter sie häufig verprügelt hätte und dabei regelrecht ausgerastet sei, so dass er und Nathaniel um ihr Leben gefürchtet hätten. Ob Emily ihre Söhne tatsächlich so heftig verprügelt hat, ist unklar. Eine andere Mutmaßung betreffend Roberts Motiv, die damals nicht diskutiert wurde, bezieht sich auf die Frage, warum der 13-jährige Robert im Schlafzimmer seiner Mutter geschlafen hat. Die Krumms hatten ein Haus und Robert hatte auch ein eigenes Zimmer, dennoch schien es für ihn nicht ungewöhnlich zu sein, bei seiner Mutter zu schlafen, wenn sein Vater beruflich unterwegs war. Hatte seine Mutter dies von ihm verlangt und wenn ja, warum? Und warum hat sie, während ihr Sohn neben ihr geschlafen hat, anscheinend nur Unterwäsche getragen? Obwohl nach Emleys Tod alle betonen, was für eine gute Frau und Mutter sie war, wissen einige Personen davon, dass ihr eigener Mann vermutet hatte, dass sie eine Affäre haben könnte. Robert ist sehr aufgeregt und freut sich auf seinen Prozess, allerdings ist er überzeugt, dass ihn die Todesstrafe erwartet. Dies ist seinen eigenen Angaben zufolge jedoch in Ordnung für ihn. In einem Brief an einen Nachbarn beschreibt er, dass er, wenn er nicht das erwartete Urteil erhalten würde, er es selbst ausführen würde. Doch Robert erhält aufgrund seines Alters nicht die Todesstrafe, sondern einen Aufenthalt unbegrenzter Dauer im Broadmoor Hospital, einer berüchtigten Klinik für psychisch erkrankte Straftäter. Er ist der jüngste Insasse dort. Sein Bruder Nathaniel kommt straffrei davon. Während Robert in Haft ist, wandert er nach Australien aus. Robert wird nach 17 Jahren im Alter von 30 entlassen und folgt seinem Bruder zwei Jahre später, im Jahr 1914, nach Australien. Dort diente er während des Ersten Weltkrieges in der australischen Armee und erhält eine Tapferkeitsmedaille. Nach dem Krieg arbeitet er auf einer Farm und als Musiklehrer. Später gründet er ein Geschäft. Robert heiratet nie, doch er kümmert sich um einen Jungen, den er später adoptiert. Robert stirbt im Jahr 1949 im Alter von 67 Jahren. Lasst mir wie immer gerne einen Kommentar zu dem Fall unten. Und denkt auch daran, dem Video einen Daumen hoch zu geben, wenn es euch gefallen hat. Dadurch kann es von mehr Leuten gesehen werden. Aktiviert auch noch schnell die Glocke, dann werden euch meine neuen Videos meist vorgeschlagen. Und falls ihr Lust auf noch mehr Kriminalfälle habt, schaut mal auf meinem Patreon vorbei oder denkt über eine Kanalmitgliedschaft nach. Dankeschön fürs Anschauen. Bis gleich. , bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schatten〜